Mach etwas, bei dem du dich verwirklichen kannst, was dir Freude bereitet und bleib am Ball. Diesen Erfolgstipp habe ich von Unternehmer Hermann Bühlbecker bekommen und genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Wie kann ich am Ball bleiben? Du brauchst eine Vision, eine große Vision und in dem Blogbeitrag heute gehe ich auf das Kathedralendenken ein, denn eine Kathedrale ist kein kleines Haus, das in zwei, drei Jahren gebaut wird, sondern teilweise in 200, 500, 600 Jahren. Sprich, der, der das initiiert, wird niemals sehen, wie es fertig aussieht. Ist das wirklich so? Wird er es wirklich nie sehen. Das und noch viel mehr erfährst du jetzt in meinem Blog auf www.normen-graether.com